Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie jetzt bitten, mit mir Herrn Dr. Christopher Marshall zu begrüßen. Es gibt zufällig gerade zwei Länder auf der Erde, die beide Amerika heißen und einen Präsidenten namens Barack Obama haben. Denn das Bild dieser Präsidentschaft in Amerika und in Deutschland, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Was ist mit den Amis los? Das ist jetzt keine Biografie, sondern das ist eine Erfahrung aus meinen sieben Jahren, wie anders die Amerikaner ticken, was die Hintergründe der Missverständnisse sind, der vielen falschen Erwartungen, die Deutsche auf der amerikanischen Politik haben. Es ist eine Demokratie und tatsächlich stimmen Mehrheiten öfter mal für Leute, die den meisten Deutschen nicht ganz so sympathisch sind, wie, sagen wir, Bill Clinton oder Barack Obama. Die Deutschen erwarten ja sehr viel vom Staat und von der Regierung, sogar, dass sie für soziale Gerechtigkeit sorgen sollen. Auf diese Idee käme ein Amerikaner überhaupt nicht. In Amerika ist der Unternehmer, der erfolgreiche Unternehmer positiv gesetzt. Es gibt sehr wenig Sozialheit. Die haben natürlich Hass auf die Banker, diese anonymen Banker in New York. Aber der örtliche Sparkassen-Direktor ist ein toller Mann. Und wenn der ein größeres Haus hat und ein besseres Auto fährt, dann ist das ein Grund, dass man ihm nacheifern möchte. Nicht, dass man sagt, der Typ, der ist mir vielleicht irgendwie verdächtig. Die wichtigsten drei Themen, das ist die Wirtschaftskrise mit ihren Folgen für den Arbeits- und Häusermarkt. Und zweitens die Wirtschaftskrise mit ihren Folgen für den Arbeitsmarkt und den Häusermarkt. Und drittens die Wirtschaftskrise, Sie können sich das schon denken, mit den Folgen für Arbeitsmarkt und Immobilienmarkt. Das ist, was die Amerikaner bewegt. Eher außenpolitische Erwartungen, dass sich an der Rolle der Weltmacht Amerika von Bush zu Obama eine Menge ändern würde. Den Irakkrieg beenden, Guantanamo schließen, in Afghanistan den Krieg wieder klüger führen und die Kräfte dort konzentrieren, wo es wirklich notwendig war. Das waren doch die Erwartungen an Barack Obama in Deutschland und andersrum in Europa. Für die Amerikaner ist Barack Obama vor allem ein innen- und wirtschaftspolitischer Präsident. Daran wird er gemessen. In Europa, da wollen sie den Leuten Geld wegnehmen, um sein Anderen umzuverteilen. Was für eine Verschwendung, der Staat weiß doch gar nicht, wie man vernünftig mit Geld umgeht. Das ist Romney, Otto. Wieder haben Sie das, wenn Sie das hören. Was denken Sie als erstes? Die spinnen, die Amerikaner. Oder manchmal denken Sie das doch. Wissen Sie, warum die Stimmung so ist? Weil der Gedanke einer Krankenversicherung in Europa und in Amerika völlig unterschiedlich konnotiert ist. Für Europäer ist es eine Sicherheitsfrage. Wer kann sich schon das Risiko von Krankheit leisten, vor allem wenn man dann arbeitsunfähig wird und die Familie und wenn das Haus drauf geht. Für Amerikaner ist es eine Freiheitsfrage. Die Amerikaner sind ja nicht dagegen, dass jeder eine Krankenversicherung hat. Sondern das sollte nur jeder selber entscheiden. Der Staat hat uns das nicht vorzuschreiben. Das ist einer dieser plakativen Unterschiede im Denken. Warum stößt die allgemeine Krankenversicherung auf so viel Widerstand? Warum gelingt es ihnen nicht, Guantanamo zu schließen? Warum beschimpften ihn so viele als Sozialisten? Und warum hassen sie auch gerade das, was wir an ihm lieben? Die Auswanderer nach Amerika haben ihre Republik in Abkehr vom europäischen Obrigkeitsstaat gegründet. Von der Regierung erwarten die meisten Bürger auch heute wenig. Sie gilt als ein unvermeidliches Übel. Überhöht wird dagegen die Freiheit der Individuen selbst zu entscheiden. Und die Folgen zu tragen. Schwimmbäder, Spielplätze, kommunale Büchereien leben von Zuwendungen der lokalen Firmen und der Bürger. Kirchengemeinden finanzieren sich ohne Kirchensteuer. Allein aus den Kollekten ihrer Mitglieder. Amerikaner tun das nicht, weil die staatlichen Mittel leider nicht ausweichen. Sie glauben, dass die Eigeninitiative der Bürger die bessere Organisationsform ist. Sie wird nicht als ein Notbehelf betrachtet, sondern als das eigentliche Ideal. Wenn ich so richtig überlege, was ich von diesem Wahljahr erwarte, das wird knapp, aber eigentlich würde ich doch eher darauf betrachten. Mit der Betracht Untertitelung des ZDF, 2020